so ich glaube wir können zumindest wird mir das gerade gezeigt hier ja sind wir live dann willkommen zum dritten beitrag hier im raum regular labs am heutigen jula 2021 ich begrüsse ganz herrlich ganz herzlich hier den lukas jardin lukas ist grafikdesigner und frontendentwickler bei jumla de einer der führenden agenturen in deutschland er wird uns das thema overrides featuring custom fields näher bringen also los wir bauen einen slider so ist es ja danke für die weiter genau ich bin lukas bin ursprünglich mal über den ganzen design part hier so reingerutscht in dieser in dieser web szene bei uns in der firma ist damit hat sich immer mehr entwicklungsarbeit geworden ich dann auch übernehmen und möchte euch heute was zu overrides erzählen genau das ganze ich teile mal mein bildschirm was macht in dem kontext ja fast schon sind genau das ganze soll ein kleiner crashkurs werden der einmal zeigt wie was sind overrides wofür brauchen wir die wie können wir damit ja quasi beliebig dass die 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 jumla layouts anpassen so wie wir es brauchen für das jeweilige kundenprojekt und ich kombiniere das ganze dann mit so einer kleinen live demo ich habe den coach schon vorbereitet und kriege mich dann hier durch meinen durch die verschiedenen steps im getrepo und zeige was passiert ist und zeige in dem kontext natürlich auch das jumla setup was relativ basic ist einfach damit man das ganze ein bisschen nachvollziehen kann wenn nachher bei der live demo auffallen sollte dass der text in meinem code editor ein bisschen sehr klein ist dann müsste mir das näher gebracht werden ich habe es jetzt schon extra höher gedreht und hoffe es reicht sagen wir mal so genau dann fangen wir mal an erst mal overrides overrides ermöglichen es uns jegliche ausgabe von jumla modulen komponenten jumla layout nach unseren belieben an zu passen so wie wir es brauchen so wie wir es wollen dort auch gegebenenfalls mehr inhalt zu laden als sonst in so einem in so einem modul ausgegeben werden würde und genau das ist ein ziemlich mächtiges tool und wir machen hier relativ viel template entwicklung was ist eigentlich mit abstand so das tool was wir am meisten nutzen weil es einfach die größte flexibilität bietet wenn es später darum geht möglichst viel mit jumla borten mitteln abzubilden klar man kann auch für relativ also es gibt inzwischen für fast alles in irgendeiner form einer extension wir versuchen das nach möglichkeit zu vermeiden und möglichst nah am core zu bleiben einfach um uns dann möglichst wenig dependencies reinzuholen genau und in der regel erfüllt das völlig seinen zweck so dass man dann die jumla installation schön schön schlank halten kann genau wenn wir uns mal die standard ausgabe also wo wird sonst die die standard ausgabe von jumla generiert dann haben wir unser jumla verzeichnis da drin die ganzen unter verzeichnis alle administrator api components und das beispiel durch das ich hier führe das basiert auf dem modul mod articles latest also beiträge neuste ist glaube ich die deutsche übersetzung wenn wir in unserem zoom verzeichnis schauen dann gibt es auch dort ein ordner modules darin ein ordner mod articles latest darin ein ordner template und darin eine default php in dieser default php-datei in die wir nachher noch kurz reinschauen da ist quasi das layout definiert ich kann da mal kurz zwischengrätschen und sagen dass das standard layout wie relativ ja ich sag mal das ist minimalistisch gehalten da wird einfach nur der jeweilige beitragstitel beziehungsweise alle beitragstitel in form einer unnummerierten liste verlinkt ausgegeben was wir daraus machen möchten indem wir ein overwrite machen ein overwrite funktioniert so dass in meinem template verzeichnis ich ein unterordner mit html anlege und darin dann quasi die die ordner struktur die dateistruktur aus dem joomla standard aus dem standard verzeichnis quasi abbildet mache also in meinem ordner auch ein ein ordner mod articles latest und lege darin eine default php an in dem moment wo das passiert ist geht joomla quasi hin und merkt okay es gibt eine spezifischere default php für dieses modul also wird das layout entsprechend des template overrides ausgegeben und nicht mehr die standard joomla ausgabe gerendert was ganz charmant ist an der ganzen sache ist dass man nicht nur einen overwrite anlegen kann sondern beispielsweise in form von mod article latest eine beliebige anzahl von varianten und abwandlungen oder man stelle sich das wir hatten es auf seiten wo es dann zum beispiel beispielsweise ist projekte leistungen stellen anzeigen kannst du denn rechnen wir unter dem x geht das an mich was kann ich groß machen ne das war für die zuhörer man kann eine beliebige anzahl von so template overrides anlegen die modul beziehungsweise komponente und ist darüber auch wieder super flexibel vor allen dingen seit joomla 3.7 in kombination mit custom fields weil man daraus phase so cc case bauen kann sprich man hat eine relativ auf gut deutsch gesagt idiotensichere eingabemaske für für redakteure und redakteurinnen und das layout fällt anschließend automatisch raus da werden dann beispielsweise custom in halte direkt an der richtigen stelle platziert so ist das ganze sehr robust was bei einer gewissen anzahl von beispielsweise wartungskunden sehr charmant ist weil sonst ist man den ganzen tag mehr oder weniger damit beschäftigt so zehn minuten aufgaben zu machen können sie bitte hier nochmal schauen ich habe was kaputt gemacht oder wie gerne auch schon mal kommt ich habe nichts gemacht aber jetzt ist es kaputt das kennt man ja auch das kann man darüber ganz gut vermeiden und das ist auch so ein großer benefit des ganzen genau wenn man multiple layouts anlegt wie man jetzt hier gesehen hat dann ist euch das bestimmt schon mal im joomla backend unter dem erweitertab aufgefallen diese auswahl der parameter layout wo ich dann verschiedene layouts auswählen könnte je modul ich zeige das gleich in meinem in meinem setup dann wird es noch mal deutlicher das ist einfach super charmant und super flexibel und fix gemacht was wir heute bauen wollen ist das was aktuell ich muss noch so aussieht also hier nadelwald brandung kaffeetasse eine einfache liste soll zu einem solchen slider werden mit x anzahl an slides nachdem viele beiträge es halt gibt genau jeweils bestehend aus einem beitragstitel der den wir einfach ganz normal im joomla backend eingehen können dem einleitungsbild was wir an dieser stelle ausgeben wollen und zusätzlich zwei custom fields das ist einmal man kann es wahrscheinlich nicht so richtig erkennen unten links soll der kundenname stehen das ist ein custom field vom type text und unten rechts soll quasi das fiktive veröffentlichungsdatum des jeweiligen projektes stehen das ganze soll dann natürlich schön animiert werden irgendwie mit mouse over effekten also ein kram bauen wir alles was darüber hinaus auffällt ist dass die farben je slide variabel sein wollen auch hierfür wenn wir zwei custom fields anlegen vom type color und darüber quasi die schriftfarbe sowohl die hintergrundfarbe von diesem overlay definieren so dass wir auch hier einfach mehr gestalterische flexibilität haben besonders wenn man mit großflächigen bildern arbeitet kann das schon mal einfach einen schöneren effekt haben wenn alles dann wie beispielsweise jetzt in so einem mehr oder weniger monochromen farbschema bleibt genau das ist der plan für heute und das geht tatsächlich relativ schnell und unkompliziert und zeigt eigentlich ganz gut wie einfach man den ganzen kram erweitern kann ich zeige im Anschluss noch so ein paar weitere beispiele die wir mal gebaut haben und gehe ein bisschen aus und gibt so einen kleinen crashkurs css transitions und css animations falls was noch für leute interessant ist und zeige so einen kleinen ausschnitt aus meinem toolkit was ich gerne mal nutze wenn ich irgendwie was mit css machen muss so ein paar kleine helferlein die mir das leben leichter machen genau der eigentliche texte nur für das modul ist zum einen joomla logischerweise und als slider library nutze ich den tiny slider das ist ein bundler.js basierender ja kleine library die einem diese ganze slider geschichte deutlich vereinfacht es gibt so viele slider auf der weg man muss das gerade nicht neu erfinden es gibt genug leute die da mehr zeit investiert haben und das vernünftige gebaut haben wie wenn man das jetzt wie das code projekt quasi individuell machen würde das macht schlicht keinen sinn genau kurz zum workflow wie gehe ich vor wenn ich template overrides mache am anfang muss ich natürlich schauen welche komponenten an sich beziehungsweise welches modul eignet sich am besten als ausgangspunkt ein override was ich ja machen möchte mit diesem slider ich möchte quasi stellen wir vor sie sind eine fiktive agentur und möchten da unsere letzten drei vier fünf sechs zehn projekte die die uns am besten gefallen in so einer art showcase darstellen und das ganze möglichst ja plakativ und optisch ansprechend entsprechend wenn ich davon ausgehe dass ich zu den jeweiligen case studies noch ein paar worte mehr verlieren möchte macht es schon mal sinn dass ich dafür irgendwie beiträge anlege und dann könnte ich jetzt irgendwie ein override für einen ganz normalen kategorie block machen ich könnte aber auch über über mod article latest lösen was an der stelle völlig ausreichend ist und weswegen ich mich dann dafür entschieden habe wenn ich weiß welche komponente beziehungsweise welches modul ich überschreiben möchte geht es natürlich darum die notwendigen dateistruktur anzulegen das ist der part den ich eben beschrieben habe ich könnte jetzt natürlich hingehen ich bin jetzt mal hier in meiner in meiner ide und könnte mir jetzt händischen ordner mit html in meinem in meinem template ordner anlegen also hier ist der template ordner mit meiner index php template preview template details also und kram könnten jetzt ein ordner html anlegen und hier drin dann wiederum die voll php anlegen und mir so quasi manuell auf auf heilebene den ganzen kram anlegen was aber ganz charmant ist ist dass es dafür auch eine klickoberfläche in joomla direkt gibt die einem quasi die arbeit so ein bisschen abnimmt und zwar habe ich hier das ist mehr oder weniger eine leere joomla 4 installation ich habe schon die beiträge und so entsprechend angelegt führe da gleich durch aber erst mal zum overwrite dafür kann ich einfach auf system gehen gehen meine site templates und sehe dass ich hier schon ein template angelegt habe mein joomla day dach 2021 template klicke das an und kann dann hier neben dem editor das erste screen wo man landen würde gibt es einen tag mit overrides erstellen und sehe jetzt welche overrides ich alles anlegen kann in meinem fall würde ich jetzt auf mod article latest klicken was passieren würde ist dass eine default php datei angelegt wird und quasi die arbeit die ich sonst manuell machen müsste für mich abgenommen wird wie man sieht man kann noch viel mehr unterschreiben ich kann unter com content kann ich einen einzelnen artikel überschreiben ich kann den kategorie blog überschreiben ich kann einen haufen layouts überschreiben da wird dann meist wie sieht das intro image aus wenn es gerendert wird also ein kram ist da verbirgt sich dahinter das macht einem das leben einfach leichter weil man sich nicht merken muss wie genau die verschiedenen ordner jetzt benannt waren und dann am ende wegen irgendeinem kleinen typo fehler sich die ganze zeit fragt warum einem das der override nicht angezeigt wird oder warum sich nichts tut ist mir oft genug passiert deswegen gehe ich inzwischen einfach diesen weg und seitdem ist mein leben ein bisschen schöner geworden ich lege den jetzt mal nicht an weil ich führe gleich einfach über mein mein kleines geht hier durch erkläre dann aber nochmal alles genau wenn ich das gemacht habe gehe ich immer erstmal hin und überlege mir wie sieht mein gewünschtes html markup aus was ich später am ende gerne hätte und schaue mir erstmal gar nicht die bestehende struktur an weil ich weiß eh die daten die ich mir später da reinladen möchte in meinem layout an die werde ich schon drankommen erstmal fokus aufs markup und nutze dann gerne platzhaltertexte also an der stelle wo beispielsweise beim slider unten links kundenname hinsteht da würde ich mir nicht direkt irgendwie realinhalt aus joomla ausgeben sondern wird erstmal ganz plump kundenname da reinschreiben nur um für mich zu überprüfen macht mein markup so sinn genau erst im nächsten schritt würde ich dann hingehen und schauen okay wie komme ich jetzt an die konkreten inhalte beispielsweise den beitragstitel oder custom fit contents und tausche die platzhalter die ich mir vorher angelegt habe jetzt gegen quasi den den code den ich eigentlich brauche aus und kann so nach und nach meinen den overwrite entsprechend weiter anpassen und dann im letzten schritt gehe ich hin und mache das ganze mit hilfe von von css beziehungsweise zu avascript ein bisschen schöner und interaktiver wenn das markup einmal steht ist es ab hier ja an vielen stellen so ein bisschen malen nach zahlen genau auch dafür ich jetzt in der kurzen demo kurz durch wie ich da was gemacht habe wie ich was gelöst habe wenn es konkrete fragen zu irgendwelchen css umsetzungen gibt gerne auf die bühne stürmen und fragen genau deswegen gehen auf geht's also ich führe erstmal gerade durch meinen schumler genau hier was ich bisher gemacht habe ist ich habe mir zwei kategorien angelegt einmal leistung und einmal projekte das leistung die leistung kategorie nutze ich für noch zum zweiten overwrite falls wir noch zeit haben dann kann ich euch den noch zeigen wie man auch das noch anders nutzen könnte in meiner kategorie projekte habe ich die drei beiträge mit nadelwald brandung und kaffeetasse angelegt die ich später dann auch ich kann noch ein bisschen zoom länge in meinem slider ausgeben möchte was darüber hinaus passiert ist wenn ich in meine felder schaue ich habe ja schon felder angelegt und filter die mir mal gerade dann sehe ich dass ich insgesamt fünf felder angelegt habe wovon ich aber nur vier brauche den subtitle können wir mal ignorieren egal genau ich habe zum einen ein feld vom typ kalle angelegt für die hintergrundfarbe ich habe ein feld von typ text für die kunden angelegt ein feld vom typ kalender für das für das datum des projekt abschlusses und noch ein text mit der vom typ kalle für die schriftfarbe bin dann natürlich habe in meinen beiträgen habe jetzt angelegt und habe in den projektinformationen entsprechend daten für diese felder hinterlegt weil ich die ja später für den overwrite brauche und den an der stelle entsprechend gerne ausgeben möchte genau den part machen wir jetzt wie wir sehen wenn wir nichts gemacht haben also wenn wir das normale joomler layout das gibt an der stelle erstmal so nichts aus das ist relativ straight forward und was ich jetzt im ersten schritt machen würde ist ich würde jetzt hingehen und hätte mir über den workflow von eben sprich über die site templates mein template die overwrite erstellen auf mod artikel latest klicken und mir so eine default php in meinen template ordner anlegen wenn ich das gemacht habe dann hätte hier am anfang noch default php gestatten wo jetzt leider php steht weiß ob man das lesen kann aber was ich im zweiten schritt direkt gemacht habe ist dass ich mir wie es eben beschrieben habe um diese quasi die varianten von overwrite zu erstellen habe ich das die datei umbenannt in slider.php und was daraus resultiert ist dass ich jetzt multiple layouts habe für mein modul sprich wenn ich mein modul anlege das ist hier der projekts leider dann kann ich jetzt als layout leider auswählen ich habe einmal die standard ausgabe die vom modul kommt und ich habe jetzt ein zusätzliches layout was aus meinem template kommt hier auch darüber steht kann das auswählen klick auf speichern und schließen und sehe hey es hat sich absolut nichts getan was daran liegt dass in der slider php original noch das markup drin steht was sonst in der default php stand so dann würde ich immer wie beschrieben auch das was ich jetzt im nächsten schritt gemacht habe ich habe geschaut okay wie sieht mein layout eigentlich aus ich möchte das ganze gerne nach wie vor weil es für mich semantisch nicht absolut dämlich erschienen in einer liste ausgeben und habe entsprechend einfach nur die noch eine zusätzliche klasse drauf geschrieben ich nutze die bm notation beziehungsweise für das anlegen von css klassen sprich ich habe einen latest article slider und als klasse für alle listen einträge arbeite ich mit einem unterstrich unterstrich item die bm notation folgt dem im prinzip block element modifier sprich wenn ich einen groß ich habe einen großen block darin beispielsweise verschiedene elemente dann würden dieses die bezeichnung des elements mit zwei unterstrichen getrennt werden was man jetzt schon sieht was ich gemacht habe ist das was ich eben beschrieben habe ich habe erstmal plump einfach quasi mehr textplatzhalter installiert um mein markup zu überprüfen innerhalb meines listen eintrags habe ich mir zum einen eine verlinkt aufgemacht in dem sowohl der titel drin ausgegeben wird dann habe ich jetzt so belassen weil den hatte ich schon im layout dann brauche ich mich noch mal rauslöschen um später wieder reinzuladen ich möchte mir mein bild ausgeben hier steht aktuell noch fahrt zum intro bild weil ich habe wie gesagt nur platzhalter verwendet und dann gibt diesen unteren parten mit item lower wo der kundenname und das projekt abschlussdatum drin steht wenn wir das mal vergleichen mit dem wie es aussehen soll dann sehen wir dass wir der sache damit eigentlich ziemlich nah kommen wir haben titel und bild im oberen bereich und wir haben kundenname und veröffentlichungsdatum in im unteren bereich ich hoffe dass bis hierhin soweit alles klar ist weil ab jetzt kommt eigentlich der spannende part wie man jetzt quasi wie kommen wir jetzt dahin dass wir unsere die inhalte da rein geladen was sehr was interessiert so ein bisschen der der schlüssel zum zum glück ist oder eine ein textbefehl den man sehr häufig eingeben wird ist ich möchte jetzt alles wissen ich sage php for each list as item also für das alte mit meiner liste rendere mir bitte das folgende mark ab und kann dann hier und beispielsweise item link ist der link zum beitrag item title ist der beitragstitel kann also quasi auch verschiedene beitragsspezifische informationen per php zugreifen jetzt möchte ich aber natürlich wissen welche inhalte ist alles in meinem beitragsobjekt überhaupt gibt und hier ist der der schlüssel zum glück ist der wunderbare befehl php war dann und dann dollar item das jetzt mal ein und speichern wenn wir dann schauen dann sehen wir dass wir hier jetzt relativ unsortiert einmal aufgerüstet bekommen was ist was kann also auf was kann ich alles zugreifen was ist alles teil meines beitragsobjekts wenn das ganze ein bisschen schöner aussehen soll dann kann man da jeweils ein pre for und hinterschreiben dass das ganze als code formatiert wird und dann sieht schon nicht mehr ganz so katastrophal aus und jetzt kann ich quasi schauen okay ich brauche mein intro text mein intro image das wird wahrscheinlich irgendwas mit intro heißen dann würde mir der intro text hervorgehoben werden ich kann hier mal rein zoomen merke schon das sieht jetzt nicht unbedingt ein fahr zu einem bild aus und sehe dann hier es gibt images und darin gibt es beispielsweise image intro wo der fahrt zum link angezeigt wird genau deswegen war dampf und dann entsprechend die jeweilige objekt was ich haben möchte so auszugeben so bastel ich mir mehr oder weniger alle meine overrides zusammen weil ich auch nicht immer aus dem kopf weiß was war denn jetzt noch mal die variable für keine ahnung die 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 ja den kategorienamen zu dem der beitrag gehört genau deswegen was ich jetzt machen würde ich würde hingehen und mir nach und nach alle meine meine variablen aus hier austauschen was aber auffällt ist kundenname und projekt abschlussdatum haben ja gesagt werden über custom fields gepflegt wenn wir mal hier in die liste reinschauen dann und ich gebe jetzt einfach mal fields ein dann sehen wir nur es gibt custom fields enable beziehungsweise ich kann mal einfach kundenname eintippen und sehe dass ich nicht direkt auf die fields zugreifen kann ich finde das zwar hier aber ich könnte nicht auf zugreifen wenn ich das richtig sehe was man nämlich machen muss an der stelle ist dass man sich die fields quasi reinlädt in den override dass man auch zugreifen kann das ist der schritt denn ich im nächsten ja jetzt im nächsten schritt tun würde der nächste schritt im nächsten schritt ist und genau wie das funktioniert zeige ich euch was ich dafür mache ist dass ich mir mit viel selber get fields com content article right and true das sollten code muss man dann einmal kennen kann ich mir die inhalte der der custom fields des jeweiligen beitrags in den override reinladen wenn ich mir das ganze ich gibt es hier drunter gebe ich mir die inhalte direkt mal aus und sehe dass ich ein relativ langes array mit allen mit allen field inhalten bekommen sprich value raw value da kommen wir später noch darauf zu sprechen jeglichen parametern wer hat man wie angelegt darauf könnte ich jetzt zugreifen das ist schon mal super weil ich mir jetzt auch hier raus rausziehen könnte was brauche ich eigentlich den ganzen code den ich hier in meinem repo habt den veröffentliche ich später auf github und dann könnt ihr darauf zugreifen euch die code schnitzel entsprechend rausziehen wenn ihr das möchtet genau ich mach mal weiter im programm was wäre jetzt der nächste schritt weil ich nur über den befehl zwar schon auf meine custom fields inhalte zugreifen könnte aber das ganze irgendwie wir gerade gesehen haben mit diesem ellen langen objekt dann nicht so richtig charmant ist haben wir uns irgendwann mal einen kleinen workaround gebaut gebaut und haben gesagt über eine for each schleife dass wir jedes unserer custom fields quasi ansprechen möchte ansprechen können möchten über php echo dollar item jc fields eckige klammer und dann einfach den feld namen das macht das ganze wesentlich charmanter und auch wesentlich robuster weil man das sonst gerne manchmal mit magic numbers um sich werfen muss und das macht irgendwie semi glücklich so ist alles wesentlich lesbarer und nachvollziehbarer und bequemer vor allem wenn man mal irgendwie ein override hat wo mehr als zwei custom fields geladen werden müssen sondern mal 56 7 8 9 10 dann ist das über die namen einfach wesentlich charmanter genau der der code macht einem das leben wesentlich leichter genau was dann im nächsten schritt passieren wird ist eigentlich das war im workflow schritt drei dass ich jetzt hingehe und tausche mir meine platzhalter die ich mir eben gesetzt habe ich müsste hier eigentlich was passieren hat er was gemacht ein cool sekunde entschuldigt 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 so dann muss ich einen schritt weiter gehen was ich jetzt gemacht habe im nächsten schritt ist ich habe die platzhalter also eben stand ja noch link zum intro image habe ich einfach ausgetauscht gegen die die objekt variablen die ich mir über die badam geschichte einfach auslesen kann das ist am ende so ein bisschen suche nach der nadel im heuhaufen aber in der regel wird man schon irgendwann finde ich besonders wenn man diese pretext davor und dahinter schreibt als einfach wesentlich übersichtlicher formatiert ist ich habe wie eben beschrieben kann ich jetzt jedes meiner custom fields über den namen des custom fields direkt ansprechen und geben mir einfach den value aus für den kunden und gebe mir ebenso für das custom field projekt abschluss den value raus was ich aber zusätzlich noch gemacht habe ist dass ich mit pfp factory jfactory get date das format wie gewünscht auf nur monat und jahr angepasst habe in meinem custom field selber also wenn ich in einem beitrag drin bin dann pflege ich das ganz normal über so ein date picker also ich würde hier 21 9 2021 eingeben und würde nur 0 9 20 21 ausgegeben werden das ist das was dieser jfactory get date part macht wenn ich jetzt mein all right mal anschaue und ich würde dann sehe ich schon dass ich so ziemlich alles ausgeworfen bekomme was ich möchte ich krieg zum einen den den title ausgegeben ich krieg das bild ausgegeben ich krieg meinen kundennamen ausgegeben und ich krieg außerdem auch das projekt abschlussdatum ausgegeben soweit so cool was jetzt eigentlich folgt ist punkt fünf hübsch machen beziehungsweise was ich dazwischen noch gemacht habe aus performance gründen weil das sind ja relativ große bilder die ich hier lade und ich möchte nicht gegebenenfalls alle direkt laden habe ich noch ein kleines lazy loading implementiert und switch dafür auch mal gerade hier rein und zwar habe ich das hier gemacht lazy loading natives lazy und funktioniert so dass man das loading attribut zu einem bild oder einem picture tag hinzufügen kann es sagt loading lazy in dem moment wird das bild quasi erst dann geladen wenn es im viewport ersichtlich ist was aber in dem zusammenhang ziemlich charmant ist ist dass ein wolf und heit attribut gesetzt sein müssen die die physikalische größe des bildes quasi angeben und darüber auch das seitenverhältnis hintergrund ist dass in dem moment wo die wenn das nicht passiert der browser quasi nicht hingeht und platzhalter für dieses bild hinterlegt sondern dann wird einfach das bild nachgeladen in dem moment rutscht der ganze content der sich da drunter befindet ja um die geladene bildhöhe nach unten das ist der cumulated layout shift und den findet google gar nicht witzig in seinen web vitals deswegen wenn man das macht immer von height attributen mit angeben damit einem der ganze spaß später an der stelle nicht um die ohren fliegt das habe ich gemacht indem ich mir vorher eine size das war ein size das variabel variabel aufgemacht hat bis ein array und mir da einfach über juri get base also quasi den den das ist der fahrt zum bild zu unserem intro bild über get image heißt es die 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 bildgrößen rausziehe das ist alles wichtig ist bei dem lazy loading wie gesagt immer gerne whiff und height mitnehmen cls ist sonst pain das hilft dann auch keine wenn die bilder nachgeladen werden aber man dann später bei den core web vitals von google einen auf den deckel bekommt genau was ich jetzt im nächsten schritt machen würde ist wenn ich mir jetzt den slider anschaue ist jetzt die frage ich persönlich finde es immer charmanter quasi erst das styling für ein einzelnes item stehen zu haben in so einem slider und dann im anschluss quasi die die slider logik da reinzubauen das ist leider funktionalität weswegen ich jetzt im ersten schritt erstmal hingehen würde und so ein basic styling für unsere für unser item aufstellen würde und dafür lade ich hier mal den code rein und wir schauen uns das ganze mal im frontend an ich gehe jetzt auch durch den css code aber ihr seht mit relativ also ist jetzt nicht natürlich genau die darstellung wir verfeinern das ganze ja noch aber zumindest so eine grob darstellung des layouts kann ich mir relativ schnell zusammenbauen das ganze ist auch responsive wenn ich das zusammenschiebe dann fliegt einem das so schnell nicht um die ohren logischerweise werden die die verschiedenen cases jetzt noch untereinander geladen weil es ist ja noch keine slider funktionalität mit drin und was auch auffällt ist natürlich das noch alles gleich aussieht also noch ist überall dieser graue hintergrund dahinter die schrift ist immer weiß also eigentlich genau das was wir nicht haben wollen aber so vom layout her geht schon mal in die richtige richtung für den css part dann können wir da auch mal gerade reingucken ich nutze scss unter der haube und nutze dafür gerne partials das ist nämlich dann würde ich jetzt beispielsweise in die scss datei auch ausschließlich styles schreiben die für diesen slider relevant sind das macht das ganze auch später in der in der pflege von so von bestandscode wesentlich einfach weil man einfach schneller die stellen findet an denen man umwerken muss genau wenn wir da mal reinschauen dann sehen wir dass ich an styles eigentlich gar nicht so unendlich viel gesetzt habe das erste was ich gemacht habe ist dass ich die browser defaults für die liste rausgeschmissen habe sprich ich habe den padding und den margin der liste auf null gesetzt und den listteil rausgenommen weil ich nicht diesen dösigen punkt vor jedem item haben möchte dann habe ich erstmal fix für jedes item eine hintergrundfarbe und eine schriftfarbe gesetzt habe gesagt dass du bitte immer 100 vh höhe haben sollst sprich 100 viewport höheneinheiten also sprich bildschirmfüllend in der höhe und habe erstmal mit ein paar flex attributen quasi die inhalte sowohl vertikal als auch horizontal in diesen 100 vh container platziert und ein bisschen padding gesetzt weil ja später auch rechts und links noch pfeile dargestellt werden sollen und wenn die auf dem bild liegen ist das recht witzlos genau logischerweise ist der title also beziehungsweise dann im oberen part der soll 100 prozent breite haben auch da möchte ich die inhalte erstmal zentriert haben der soll aber nicht ganz 100 prozent die höhe des eltern items haben weil ich ja darunter noch den kunden namen und die das veröffentlichungsdatum platzieren möchte und was ich dann nur mache ist dass ich mir zum einen den title über position absolute zentriert in diesen in diesen oberen part reinlege und dem bild sage du bist immer du hast immer 100 prozent höhe und breite eines eltern element und über object mit cover ich weiß nicht wer eben bei david im vortrag war aber die die da waren werden es auf jeden fall kennen das ist ein css attribut das quasi dafür sorgt dass sich das bild ähnlich verhält wie wenn ich ein background image hätte mit background size cover das attribut weil ich einfach möchte dass unabhängig davon wie das seitenverhältnis des browsers ist das bild immer bildschirmfüllend irgendein annähernd sinnvolles motiv zeigt natürlich muss man das bei realen projektbildern irgendwie mit vorsicht betrachten aber es erfüllt erstmal auf jeden fall seinen zweck was ich jetzt im nächsten schritt machen möchte ist dass ich erstmal meine meine case spezifischen farben reinlade wenn wir uns das ganze anschauen in unserer slider prp dann sehen wir dass ich über diesen einfachen schnipsel mir beispielsweise den den kunden ausgeben lassen kann was ich darüber aber natürlich auch machen kann ist dass ich mir direkt den wert des jeweiligen color feldes was ich eben angelegt habe mit ausgebe und jetzt alle weghören ganz fies einfach als inline style mit auf das jeweilige item werfe das erfüllt an der stelle nämlich völlig seinen zweck wenn ich mir das ganze mal auschecke und dann einmal hin und her wackel dann sehen wir dass das genau an diesen stellen hier passiert ich sag einfach über style background color value von dem jeweiligen hinter also hier von dem custom fields hintergrundfarbe beziehungsweise bei der schriftfarbe dann logischerweise von dem custom field go php store schriftfarbe mache selbiges nochmal hier für den link also hier ist mein mein link element genau und überschreiten wir auch hierfür nochmal die farbe weil ja logischerweise das color attribut hier nicht ausreichend ist um auch den ähm die linkfarbe innerhalb des des jeweiligen items zu überschreiben wenn wir uns das ganze dann nochmal anschauen die seite neu laden dann sehen wir dass tada jeder case inzwischen einfach dann schon mal seine farbgebung hat und wir der sache weiter näher gekommen sind das nutzen wir tatsächlich bei so customizing gedöhnen sie inzwischen relativ häufig vor allen dingen weil man den ganzen spaß auch noch ein bisschen weiter spinnen kann ich habe hier mal gerade ein beispiel da haben wir es im einsatz wo es hier so teaser elemente gibt wo immer in mehrspalten layouts entsprechende texte angeteasert werden hier ist es so weil da auch das thema accessibility nicht nicht ganz ja auch unrelevant war dass nur eine man wählt hier beispielsweise nur jetzt den dunklen farbton mit anderen management und die farbe im hintergrund generieren wir darüber also dann anschließend automatisch indem wir den hex wert in einem hsb farbwert umwandeln also basierend auf farbton sättigung und brightness und über eine anschließend über eine formel sicherstellen dass quasi die 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 der kontrast zwischen hintergrund und vordergrund ausreichend ist um den betv guidelines gerecht zu werden also man kann quasi wenn man sich schon custom fields inhalte irgendwie in den overrought reinletzt damit auch noch weiter ganz munter schabernackt treiben und daraus flexibel man könnte auch ein monochromes farbmuster aus einer farbe jetzt generieren an der stelle wollte ich aber einfach die maximale flexibilität befordernd hintergrundfarbe haben aber man kann diesen prozess auch automatisieren was an vielen stellen sicher sinn macht genau was jetzt erstmal noch fehlt ist natürlich unsere slider funktionalität tns macht es einem ziemlich leicht tns habe ich das hier irgendwo offen der tiny slider das ist ein relativ schlanker slider auf das habe ich jetzt nicht so Bock drauf remind me later genau ist ein relativ schlanker vanilla.js basierender slider der aber super viel kann wir haben ihn bei vielen projekten im einsatz der ist ziemlich mächtig auf der anderen seite aber relativ einfach um den zu implementieren man sieht hier einen haufen features die das ganze können das ganz charmant hat man direkt den touchpart für mobile endgeräte tastaturunterstützung alles mit abgedeckt und ich muss diese ganze slider logik nicht von scratch neuer finden installation funktioniert ganz einfach wie bei endbm beziehungsweise man kann sich alternativ auch direkt style sheet und die entsprechende javascript datei reinladen ich habe es jetzt auf der einfachheit halber einfach bei mir im repo hier über über npm reingeladen und habe es dann mal hier man sieht es ganz leicht zum einen ziehe ich mir styles die importiere ich mir einfach aus der mitgelieferten css datei und zum anderen das sieht man in meinem ich nutze galt zum compile auf jeden fall wird einfach css und js reingeladen genau hier lade ich mir einfach die javascript datei noch mit rein und habe so anschließend quasi zugeschaut auf die vollständige funktionalität von tiny slider und schau mal hier in meine slider php in tiny slider funktioniert es so dass man quasi über document at event listener don content loaded und dann anschließend tns aufruft und dann über den container einen spezifischen container definieren kann der als slider behandelt werden soll das einzige was für diesen slide für diesen slide container wichtig ist ist dass da quasi multiple kind elemente drin stecken und kann dann hier einiges an parametern bestimmen wie viele items sollen auf einmal gezeigt werden und wie viele soll geslidet werden und so weiter und so fort der rest passiert quasi wie von geisterhand was ich darüber hinaus gemacht habe ist dass ich eine flüssige random id vergeben habe und mir die vorher generiere weil es mir sonst passieren kann dass wenn ich mehrere slider auf einer seite hätte ich quasi bei dem einen auf weiter klick und bei allen drei auf der seite würde es weiter gehen weil sonst über nur über einen klassennamen wäre ja kein spezifischer container definiert so habe ich einen ganz spezifischen container hier slider wenn wir uns das ganze dann mal anschauen neu laden müsste eigentlich was passieren kann auch sein dass ich was verplant habe das sieht jetzt natürlich auch noch nicht so ultra hübsch aus aber grundsätzlich habe ich schon mal einen ganz basic slider genau was jetzt im nächsten prozent als nächstes passieren würde sind einfach nur weitere styling an passungen an der stelle arbeite ich mit transitions und nicht mit animations weil transitions darf vollkommen ihren zweck erfüllen und ich zeige das mal gerade noch also was ich jetzt noch gemacht habe im anschluss ist ich habe das layout nochmal ein bisschen angepasst also wie ihr seht besonders die bildgröße natürlich etwas verringert ich habe mir pfeile reingeladen die die nicht ganz so hübschen prev und next buttons ersetzen das geht ohne probleme einfach als background image reingeladen und ein bisschen die opacity animiert kann ich auch gleich nochmal zeigen ich habe eine mouse over animation implementiert das einzige was ich hier mache ist dass ich das bild etwas kleiner transformiere und ein bisschen letter spacing hochdrehe damit dieser effekt im text erscheint und was man sieht ist dass ich quasi bei beim weiter sliden auch noch animationen hinzugefügt habe dass der titel beispielsweise von unten her eingeblendet wird was da unter der haube passiert ist das tiny slider quasi eine ich kann es zeigen das ist am einfachsten wenn wir hier reinschauen dann sage ich per default dass genau das in der regel soll mein title um 30% nach unten verschoben sein oben sorry sage dann wenn du der aktive slide bist das wird hier über tns slide active gesagt dann bist du um 50% nach oben verschoben da 50% nach oben verschieben größer ist als 30% habe ich diese bewegung nach oben transitions funktionieren da sehr einfach und sagen halt einfach immer nur ähm das ist status a das soll status b werden und alles dazwischen wird automatisch quasi interpoliert das einzige was ich dafür machen muss diese zusätzliche transition attribut drauf werfen ähm in dem fall sage ich bitte animiere einfach alles was du kannst binnen 0,35 sekunden mit dem mit der timing function ease in out ähm wie gesagt den code stelle ich gleich online wenn es dazu fragen hat bin ich jederzeit erreichbar und ihr könnt mich fragen ähm die animation vom bild also dieses umblättern ähm mache ich mit hilfe von von css clip parts wo ich einfach nur das bild nach rechts hin verschwinden lasse beziehungsweise von links hin einblenden lasse auch das läuft über eine einfache transition und sind am ende des tages irgendwie drei zeilen ähm aber wie ihr seht hat man mit kann man mit relativ wenig aufwand also als ich den ganzen code geschrieben habe habe ich so ungefähr anderthalb stündchen gebraucht oder sowas ähm kann man eine grafisch flexible darstellung erlangen einfach nur auf basis vom joomler core ähm man kann das ganze nicht nur mit farben weiterspinnen sondern was ich hier unten gemacht habe ist dass ich quasi ähm für die für diese beiträge hier habe ich ein custom field animation stil hinzugefügt ähm und animiere darüber dann also darüber wird ein data attribut auf den jeweiligen beitrag geworfen ähm und ja dann werden die entsprechend eingeblendet auch mit hilfe von einer library ähm aber um das auch noch mal kurz zu zeigen ich weiß es ist alles sehr viel ähm aber naja das wird nicht funktionieren ich hatte eigentlich gedacht ich habe zu wenig aber spannend ähm genau hier habe ich ein custom field hinzugefügt mit animationsstil und man kann zwischen vier vorgegebenen animationen wählen ähm die dann on scroll getriggert werden sobald die elemente im viewport sind hatten sie ja auch inzwischen auf vielen seiten gesehen ist bei uns tatsächlich auch relativ häufig nachgefragt und wenn man da so ein mittelding finden möchte aus der kunde kann irgendwie noch was selber mitbestimmen weil das ist dem ja ganz oft ganz wichtig ähm es soll aber gleichzeitig nicht aussehen wie kraut und rüben ähm dann kann man das darüber so ein bisschen bisschen steuern genau das zu den overrides ähm ich glaube meine zeit ist soweit abgelaufen ich hätte noch ein paar kleinigkeiten durch die ich gerade durchführen würde das sind so ein paar tools die mir das leben besonders im css part leichter machen ähm ja da du eigentlich im vormittag der letzte bist äh kannst du schon noch ein paar minuten haben das ist cool was ich nämlich sehr gerne mache also ist zum einen ähm wenn es darum geht die timing functions von animations und transitions anzufassen ähm es gibt einen haufen vorgefertigte sowas wie ease in out ähm man kann aber auch eigene timing functions quasi schreiben ähm da das in dieser wunderbaren mutation hier unten irgendwie so semi charmant ist wenn man das einfach selber im code editor macht das macht so richtig gar keinen spaß ähm gibt es dafür ein ganz handy also ein ganz charmantes tool das heißt caesar ähm wo ich mir einfach quasi meine meine timing functions zurecht bauen kann wie ich es möchte ähm und dann direkt sehen kann wie es sich verhält und mir dann anschließend den code kopieren kann ähm super hilfreich weil besonders über den über das timing von den transitions und den animations ähm das macht das ganze in der regel eigentlich am ende erst rund bis dahin sieht das dann oft wie mir so ein bisschen stockig aus ähm es lohnt sich tatsächlich die zeit in sowas zu investieren ähm dann was den ganzen clip path angeht ähm auch das ist in meinem kopf jetzt noch nicht so tief drin als property als dass ich es super gut verstehen würde also verstehen schon aber dass ich es im kopf habe und immer weiß was ich schreiben muss ähm und dafür gibt's clippy ähm als tool wo man entweder quasi vorgefertigte ähm ähm form nutzen kann um dann irgendwie den clip path zu nutzen ähm oder auch einfach custom formen sich irgendwie ausschneiden kann ähm und darüber munter seine seine clipping und zusammenbauen kann das ist tatsächlich ziemlich cool ähm dann diese animate on scroll library die ich eben gezeigt habe ähm dafür nutzen wir in kleinen projekten gerne einfach aus weil das in der implementierung relativ simpel ist das ist auch nur ein schlanker js und schlanker css fail ähm und anschließend hat man schon eine menge auswahl an quasi vordefinierten animationen die man nutzen kann ähm und eben in dem override habe ich einfach nur entsprechend data os gleich custom field value eingetippt in den override und schon ist es wie von geisterhand quasi passiert dann die wahrscheinlich bekannteste animation äh javascript animationsbibliothek die sich in jedem fall lohnt anzuschauen ist greensock ähm hervorragend dokumentiert super viele schöne beispiele unfassbar mächtig also kann wesentlich mehr als man nur mit css transitions und animations erreichen würde wäre jetzt an der stelle noch so ein bisschen der overkill gewesen das jetzt auch noch mit rein zu ziehen ähm aber hat halt riesenvorteile weil man zum beispiel klassisch animationen verketten kann das geht sonst nur über so ein animation delay ähm und ist ein riesen pain weil nie wirklich robust hier kann man sagen wenn animation abgelaufen ist bitte animation b starten und auch da ist die notation ziemlich easy ähm dann hatte ich es eben schon mal kurz an gesagt angeteasert ich nutze bem als naming auch die links teile ich gleich alle nochmal als naming convention ähm macht auch vieles robuster haben wir das gefühl ähm nicht zu vergessen ist wenn man mit template startet nochmal eine gute dokumentation und auch einige beispiele bietet j over ähm wo man schon mal schauen kann ob man nicht vielleicht schon einen passenden overwrite findet der genau die problemstellung erschlägt ohne dass man eine extension reinladen muss ähm und genau dann noch der eben angekündigte tiny slider den hatten wir schon kurz ähm aber dann kann man nur mit overwrite so so viel schabernack treiben dass einem so schnell erstmal nicht langweilig wird ähm man kann so einen so ein doku layout aus einem blog layout bauen ähm das ist beispielsweise einfach nur com content also blog ansicht ähm man kann custom fields übrigens auch nutzen um das kontaktformular in joomla zu erweitern und beliebig anzupassen ähm kann auch mal ganz charmant sein wenn man sich da keine erweiterung reinladen möchte ich habe es eben schon mal gesagt wir haben schon so stellenangebots geschichten darüber abgedeckt wo man dann einfach ein festgegebenes layout hat wo man sich vieles reinladen kann auch das macht das leben leichter ähm oder beispielsweise bei uns auf der seite wir haben ja hier so einen leichten parallax effekt ähm auch das ist über custom fields gelöst und wo einfach ein parameter übergeben wird genau ich weiß das war super viel ähm aber ich habe es nicht kürzer hinbekommen und hoffe dass man zumindest etwas mitnehmen kann und bedanke mich erstmal für eure zeit ja vielen dank lukas äh sehr interessant ich bin überzeugt auch das publikum fand das faszinierend ähm zeigt mal eure hände und ich hoffe eigentlich bloß dass nicht so viele kunden das gesehen habe